Ich grüße euch meine Freunde und willkommen zu einem Video, auf das wir die letzten Wochen alle gewartet haben. Also nicht das Video hier von mir, sondern auf die Ankündigung des neuen Helden und er heißt Orisa. Wir haben eben das Video mit der Origin-Story zu dem Helden bekommen. Viele haben ja mit einem Cinematic gerechnet, aber dass eventuell noch eins kommt, ist ja nicht auszuschließen. Anna wurde ja damals auch ebenfalls mit einer Origin-Story angekündigt. Und jetzt hat das Rätseln und das Puzzle-Stücke aneinander schieben endlich ein Ende. Wir bekommen den Helden zu Gesicht und auch die Info, dass Evi diesen Roboter gebaut hat. Alles passt nun zusammen. Die Farben mit Gelb, Grün und Braun Tönen, die wir auf der To-Do-List gesehen haben. Die OR-15-Chassis, die kleine Zeichnung am oberen Bildrand der Liste, das Sprachmodul und so weiter und so weiter. Also es passt einfach alles zusammen. Wie wir ja bereits in den Teasern sehen oder lesen konnten, hat Evi den Anschlag auf den Airport in Numbani mitbekommen und in ihrem Erfindergeist das Potenzial in den OR-15 gesehen, also in diesen Security- oder Sicherheitsrobotern, die von einem Angreifer zerstört wurden. Und hat einen von ihnen umprogrammiert oder ummodelliert und umgebaut und daraus entstand nun unser neuer Held Orisa. Ein vierbeiniger Roboter, der für gute Zwecke gedacht ist, um die Menschen zu beschützen und Gutes zu bewirken. Unser Held scheint auch weiblich zu sein, bzw. ich weiß nicht genau, ob man einem Omnik ein Geschlecht zuweisen kann, aber die Stimme klingt auf jeden Fall sehr weiblich mit einem afrikanischen Akzent. Genauso wie sich die Stimme von Senyata zum Beispiel männlich anhört. Also ich sage einfach mal, dass es ein weiblicher Roboter bzw. weiblicher Omnik ist. Evi beschreibt den Roboter, dass er Herz hat und wahrscheinlich noch einiges lernen muss, dass er noch nicht perfekt ist, aber sich sicher ist, dass es der Held sein wird, den wir alle brauchen. Also das Volke Numbani und in der Welt von Overwatch. Sehr wichtig hierbei zu erwähnen ist, Doomfist hat angegriffen. Evi sagt ganz klar und deutlich, dass Doomfist an dem Anschlag schuld war und ihn begangen hat. Das bedeutet für uns, Doomfist ist wohl nicht der Retter und Erlöser, den wir vor unseren Augen hatten, sondern jemand, der aus gewissen Gründen, die er scheinbar hat, die uns jedoch nicht weiterhin bekannt sind, solchen Chaos anrichten kann. Man kann nur davon ausgehen, dass Doomfist den Handschuh tatsächlich an sich reißen konnte und Doomfist auf jeden Fall weiterhin bzw. eine noch größere Rolle im gesamten Spiel und im Storyverlauf nehmen wird, als bislang bereits schon. Und auch in dem Developer-Update, das ebenfalls eben erschienen ist, spricht Jeff Kaplan ein wenig über die Hintergrundgeschichte. Doomfist ist scheinbar schon länger der Bösewicht, vor dem sich alle fürchten und schützen wollen und die OR-15-Roboter wurden speziell hierfür konzipiert und gebaut, als Nachfolger der OR-14. Aber wie wir ja sehen konnten, im Angriff auf Numbani konnten diese einfach nicht standhalten. Und Efi hat einfach das Potenzial in diesen Robotern erkannt und ein einzelnes Modell davon gebaut und kreiert. Das heißt, für die Timeline im Spielgeschehen befinden wir uns im hier und jetzigen Overwatch-Universum. Das heißt, Orisa ist ein ganz neuer Held, der quasi jetzt erst entstanden ist und gebaut wurde und auch keine Zusammenhänge zu der vorherigen Geschichte und den Helden in Overwatch hat. Nun gab es sogleich einen PTR-Patch und ich zeige euch erstmal hier den Helden, erstmal nur als kleines Preview. Ich werde mich gleich an ein ausführliches Video zu dem Helden machen, ein bisschen Gameplay sammeln, meine ersten Eindrücke und so weiter. Ich kann aber schon mal vorne wegnehmen, Orisa fühlt sich extrem cool an und bringt auf jeden Fall richtig frischen Wind in das gesamte Spiel. Seid gespannt drauf, ich bin erstmal raus und Orisa testen. Das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt, meine Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, der Hype ist einfach unglaublich momentan. Wir sehen uns beim nächsten Mal, passt auf euch auf, euer Olek, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal, passt auf euch auf, euer Olek, haut rein.